Zeit ist, ich glaube, gerade im Gesundheitswesen. Wenn mit der Hypnose gearbeitet werden muss, muss es schnell gehen. Etwa so. Schlaff, tiefer, tiefer, 5, 4, 3, 2, 1, immer tiefer, tiefer, tiefer. Das geht so schnell. Aber weisst du was? Hypnose kann noch viel mehr. Blutungen durch Suggestionen stoppen oder verringern. Ja, sogar Blutungen durch Suggestionen, teils sogar Steuern. Weisst du was? Tiefer, tiefer, tiefer. Schmerzreduktion, ja sogar Schmerzfreiheit unterrichten wir nicht nur, sondern wir zeigen es gleich selbst an uns, an den Klienten und den Patienten. Ob es Schmerzen, Ängste, Blockaden oder Dinge aus der Vergangenheit sind, Hypnose hat ein grosses Potenzial. Packen wir es gemeinsam an. Dann. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020